willkommen bei malida und zu einer weiteren folge dead by daylight so mit meinem ace hier und ich bin noch nicht allein wohl ich glaube ich kann hier die ist noch gar nicht am start noch gar nicht bei bewusstsein gewesen so es ist auf jeden fall soweit das neue dlc ist da und ich glaube ich spiele auch direkt gegen den neuen killer nein der uni cursed legacy ist nämlich jetzt am start war das ein fluchtote so ich verliere ihr seht es auch schon ich verliere jetzt hier immer so ja ja was wie nennt man die dinge eigentlich blut ich verliere auf jeden fall ist blut was der ohne jetzt einsammeln kann ist auf jeden fall falsch wenn er genug blut auf jeden fall aufgesammelt hat kann er seine fähigkeit naja ja gut ich habe ein bisschen panik muss man jetzt dazu sagen ich spiele jetzt das erste mal gegen ihn jetzt habt ihr das gesehen nutzt jetzt seine fähigkeit ich glaube das ist oh gott die palette umwerfen oh gott er kann sich auf jeden fall wenn er genug blut gesammelt hat ich brauche eine palette ok ich habe ihn auf jeden fall betäubt das ist auf jeden fall wie nennt man das nochmal demon dash das heißt er kann auf jeden fall jetzt ist da ist aber das sieht aber geil aus da sieht echt geil aus also er kann jetzt auf jeden fall sehr schnell rennen und ja sehr schnell sogar gott und jetzt hat er diesen diesen also er kann sehr schnell rennen und so ein schlag auslösen dass ich dass jeder sofort in den todesstatus ist also one hit mit einer ordentlichen trefferrate so wie ich gelesen habe ich bin ihm jetzt auf jeden fall immer noch nicht mitkommen oder doch oh mein gott also der ist auf jeden fall sehr schnell unterwegs wie ihr gesehen habt und wie gesagt das ist auf jeden fall diese fähigkeit hat er wenn er genug von den blut von also der verletzten aufgesammelt hat ich muss mich jetzt erst mal heilen also ich muss mal ganz ehrlich sagen also jetzt ging mir ordentlich die pumpe meine güte ok das ging auch gerade noch mal gut weil ich meine der hat diesen seinen schlag den nennt man glaube ich demon strike oder so angewendet als ich da in die killertreppe runter bin ich glaube das hat mir den arsch gerettet da oben ok oh es sind schon drei generatoren fertig und ich habe noch nichts dazu beigetragen zumindest zu den generatoren so und wie gesagt mit dem killer ich habe mir auch schon von durch schillernde scherben hier mir die neue survivorin freigeschaltet jui oh mein gott jui was mit k kima ich glaube kimura ja doch müsste kimura sein ich habe mir den namen noch nicht gemerkt so auf jeden fall ist es heute da und ich finde auf jeden fall gut es ist jetzt wirklich die erste runde die ich mache und man kann ja dann im ladebildschirm immer sehen da stand jetzt gerade schon immer ja der oni so heißt ja der killer ist ja so ein samurai wenn man das erste mal gegen einen killer spielt dann sieht man ja im ladebildschirm zu diesem killer ein paar informationen also so kann man immer wenn neuer killer kommt und ihr seht das im ladebildschirm dann wisst ihr auf jeden fall es ist der neue killer oh gott da wollte jetzt wieder einer instant abhängen okay ich spiele auf jeden fall noch nicht mit der neuen survivorin ich hänge jetzt erstmal ab hier weil ich ja unter chronischen wie immer chronischen blutpunkte mangel oh jetzt hat er sich wieder schneller gemacht oder also unter chronischen blutpunktemangel leider deswegen will ich erst mal ein bisschen oh nein komm 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 ace 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 palette 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 oh gott hat er mich das sah erst so aus als hätte er mich gar nicht gesehen also ich habe mir noch keine killer videos angeguckt vorher auch nicht von den test servern oder so ich weiß jetzt nicht der läuft ein bisschen manchmal so als wenn er jetzt nicht ganz so eine okay als wenn er nicht ganz so eine freie sicht hätte ich müsste mir das nochmal angucken oder mit ihm selber mal spielen oh gott oh gott okay der holte da sein prügelknüppel da vom rücken oh man aber nur noch ein generator so also ich muss schon sagen also vom vom effekt her hier diese flammen und so weiter sieht er richtig geil aus also also richtig geil wie das mit diesen mit diesen ja mit diesem verlorenen blut ist weiß ich gar nicht ob das dann eigentlich noch ein nachteil ist weil ich müsste doch jetzt eigentlich auch blut verlieren oder nicht ja jetzt habe ich blut verloren ist die frage wie lange ist das denn sichtbar auch nur so kurz wie naja ich will das muss ich mir eigentlich noch mal angucken weil theoretisch könnte all das ja auch noch ein bisschen die sag schon ja könnte das einem ja dem killer ein paar wertvolle infos geben was ist wenn ich jetzt in den schrank reingehe und davor liegen dann ein paar blut pellets oder sowas ähnliches okay hier ist noch ein totem oh man oh okay auf jeden fall sind schon ich müsste habe noch die herausforderung dass ich im endgame noch einen sicher abhängen muss gut jetzt müsste nur einer den den ausgang aufmachen damit dass damit das jetzt hier irgendwie klappt für mich naja ich hänge sie jetzt glaube ich einfach ab oder ja wir warten jetzt nicht großartig obwohl jetzt hat er da hinten einen ich gehe jetzt erstmal lieber an den ausgang versuche den mal aufzumachen weil wie gesagt das endgame beginnt ja nur wenn hier irgendein ausgang auf ist oder die luke geschlossen wird und die haben ja jetzt die stufe 3 ja leichter gemacht finde ich eigentlich auch relativ gut ich gehe lieber mal hier in Deckung weil nicht jeder hat immer so viel Zeit momentan ist bei mir ja Zeit auch knapp übrigens ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum was ich ja in meiner Umschulung machen muss ich muss ja so ein sechsmonatiges Praktikum machen und ich brauche auch tatsächlich bis Ende des Jahres irgendwie ein Praktikumsblatt weil sonst würde ich aus der Umschulung rausfliegen also momentan Stress bis Oberkante und morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch so ein Kennenlerntermin ihr könnt mir einfach mal die Daumen drücken dass das vielleicht positiv verläuft ich glaube der ist da ach so der hat noch TS Jo ok ist auch raus ich denke mal dann wird der dritte da hinten auch rauskommen oder ok ist geschlagen worden ja auch raus ok dann kann ich auch raus so also ich muss ganz ehrlich sagen also der neue Killer ich habe mir ich habe mir immer vor neuen DLCs gucke ich mir ja wirklich wenig an also ich finde es richtig richtig stark von den Effekten her wieder die Sounds von ihm sind finde ich auch wiederum sehr gelungen wenn er da so rumbrüllt und so weiter und man das vom Weiten schon hört also erstmal richtig gut gefällt mir auf jeden Fall und ja wie gesagt erste Runde rausgekommen so ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und gefallen über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen und ich hoffe wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder ciao euer Malida ja Ja.